Jan-Peter Martens ist ein ehemaliger belgischer Fußballspieler und gegenwärtiger Fußballfunktionär. Martens begann seine Profilaufbahn beim KV Mechelen, wo er ab 1993 zum Kader der ersten Mannschaft gehörte. Zur Saison 1996-97. wechselte er zu Roder J. C. Kerkrade, mit dem er 1997 den KNVB-Pokal gewann. Von Januar 1998 bis Juni 2003 spielte er für den SK Sturm Graz, mit dem er 1998 und 1999 österreichischer Meister und 1999 österreichischer Pokalsieger wurde. Außerdem nahm er in den Spielzeiten 1999, 1999, 00 und 2001 an der UEFA Champions League teil. Von 2003 bis 2005 ließ er seine Karriere beim TUSFC Ahnenfels und dem SC Unter-Siebenbrunn ausklingen. Am 29. Februar 2012 wurde Martens technischer Direktor der VV Seingt. Truinen.